Hey, Eleanor. Ich fragte mich, ob ich Medissa schaffte, diese Dinge zu ihr zu sagen? Ich glaube, Sie haben. Aber ich dachte, die gleiche Dinge wie Sie waren. Verlust eine Mutter. Es ist immer eine Tragedie. Ich bin glücklich, dass Sie sie verletzten. Danke. Das Eleanor. Ich versuche, sie fühlt sich viel mehr Verantwortung für alles, als sie braucht. Du denkst, wir brauchen zu fragen? Was wenn sie zu weit pushen und erufts mit Malevolenz ist? Malevolenz ist aus vielen Dingen. Eine pridevolle Ego. Die Selbst-Wrighteousness, die eine blinde Ede zu einer inneren Kontradition. Eleanor ist anders. Sie ist sicherlich von ihr Ego und strift zu konfrontieren. Sie hat eine Purity von Herz, die nicht von den Emotionen zu verletzten. Sie hat eine Purity von Herz, die nicht von den Emotionen zu verletzten. No andere Qualität ist als essentiell für ein Exorcist. So, sie ist wahrscheinlich okay? Für jetzt, zumindest. Aber Human-Hearts können Fickle Dinge sein. Wer weiß, was die Zukunft hält. Eh, ich glaube, sie hat nichts zu fragen. Für die meisten Exorcists, Purity ist eine Konstruktion von der Abbey's teachings. Aber Eleanor? Sie ist die reale. Hm. Sie ist nicht dein einzig Exorcist, ich will dir das. Purity ist wichtig für alle Exorcist. Aber mehr als das, es ist ein rare und preciouses Temperament für Leben. Jeder hat ein Ego und bestimmte internalen Kontraditionen, zu einer Art. Facing einen eigenen Ugliness in einer honesten Art ist niemals easy. Zu sein normaler Mensch ist zu leben, zu leben, mit der Malevolenz zu leben. Es ist nur, wie viel du es kontrollierst. Ich denke, Malevolenz ist einfach ein Fakt von Leben. Huh. Aber Artorias kann das nicht akzeptieren. Das heißt ja nicht umsonst immer, ne? Komm zur dunklen Seite, dort gibt's Kekse. Ahem, ja. Ich hab ja schon irgendwie gedacht, dass ich hier irgendwas triggern, so. Werde ich hier auch noch irgendwas triggern, oder? Ah, dachte ich mir schon irgendwie. Ah, dachte ich mir schon irgendwie. Well, ich sehe nichts aus der Ordnung. Mary? Lass uns durch die Stadt gehen und gehen für Titania, bevor es das verändert wird. Ja. Ach was, wie? Jetzt schon auf dem Schiff? Das ging aber schnell. Und keine Zwischensequenzen? Okay. So this is your secret hideout. Once I get free, you won't stand a chance. You all had better sleep with one eye open. Look how worried I am. Welcome back! That's Kamuana. She's the same age as Diana. Did the Abbey really turn someone so young into a Therian? Offenbar ja, so wie das is. Elinor! Elinor! Please, would you be able to talk to her? Is this a trick? Kamuana may be a Therian, but deep down, she's still a normal little girl who misses her mother. I can't do anything to console her, no matter what I try. But if it were you... You okay? You can call me Medissa, all right? Do I scare you, honey? A little, but not as much as Velvet and Dial. What? But... Don't you think I'm scary? I had a bad dream earlier. My mommy said I looked scary and that she... She didn't want me anymore. She would never... Your mother would never think that about her daughter. But... How do you know? How do you know? Then... Then... It's okay. You don't have to cry. I hope Kamuana and Medissa won't have to feel so lonely anymore. Yeah. Trying to stop the waterworks gets old fast. Listen, if it's not too personal... Was your mother... Uh... She's dead. I lost her when I was even younger than you. Oh... I'm sorry to hear that. It's fine. It just means we've got things in common. So no feeling sad and alone, okay? Oh, no. I'm fine. I don't feel lonely or anything. I swear. What's gotten into you? You're so strange sometimes. No, I'm not. Eleanor. I'll have you watch over Kamuana and Medissa. Yes, of course. I'd be honored. Thank you. Are Exorcists supposed to be so polite to a Grand Poobah of Calamity or whatever? Sure. Why not? Besides, the Demon Lord ought to not trouble herself over such trivialities. Velvet, Grimoire is calling for you. She says to bring Lafayette and meet her at the observation tower. Got it. We better get going then. Beobachtungsturm? Wo ist denn das Scheißding jetzt schon wieder? Ich weiß, von zwei Türmen ist eins davon der Beobachtungsturm. Ich hab keine Ahnung. Und ich hab irgendwie grad gedacht, dass Medissa hier irgendwie Kamuana gerade versucht zu ersticken mit ihrer, ähm, naja, doch sehr offensichtlichen Attributen. Ähm, 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 ja. Ich geh mal fix zum Beobachtungsturm, sonst, ähm, weiß ich nicht, was ich hier reden tu. Hey! Do you all have mothers? Hm? Where'd that question come from? Well, after hearing that Velvet, Kamuana and Eleanor all lost their parents, I just got curious. My mother was a strict, frightening woman, but she died a long time ago. I see. I have no parents either, but the wicked witch who took me in said I was born from a peach that floated down the river. Coming from you, I'd almost believe that. And you, Aizen? We Molokim are formed from untainted mana. Sometimes humans are reborn as Molokim, but they retain no memory of their previous lives. In other words, we don't have blood relations like humans do. I see. By the time I was aware of anything around me, I was already tethered in being called number two. I suppose having no mother means I don't have any memories before that. I told Medissa that losing a mother is painful, but I can't know how painful it is. Go easy on him, Aizen. He's just a kid. I'm just telling it like it is. But listen to me, Lafisette. You can share deep connections with other people, even if you don't have a biological family. Molokim, too, can form precious bonds, true friendships, even family. That's right. Your words wouldn't have stopped Medissa if they weren't true in your heart. You really think so? I'm sure of it. It's far better than being a witch born from a peach. Nonsense! There's no nobler way to be born! I have an everlasting friendship with a dog, a monkey, a pheasant and Bienfu. I hope he's right. You said that Molokim can have familial ties, but what makes you and your sisters siblings, if you're not related by blood? That's right. Well, a very long time ago, I was born into this world from an earth pulse point up on a sacred mountain. I remained in that place for a long while. And then one day, she was born from the very same earth pulse point. Before we knew it, we had wound up living together under the same roof. Are two Molokim always siblings if they come from the same earth pulse point? No. Other Molokim were born there, but I never felt like they were my family. But something, I don't know what, was different with her. If she was sad, I'd feel sad. And if I was happy, she'd be happy too. She can be abrasive, but when she smiles, it's like nothing else. I swore to myself that whatever happened, I would protect her. I made a pendant from a stone on that sacred mountain, and gave it to her as a lucky charm. Of course, she just wears it as a necklace. And your pendant? Did she give that to you? She had the same idea I had. She made the pendant herself and gave it to me as a good luck charm. Without either of us having mentioned a word of it beforehand, we each gave each other pendants in the same shape on the very same day. That's when I really knew that what I had felt all along was true. We were brother and sister. Is that her in the picture? Yeah. It's a self-portrait she drew for me on the day I left home. Did you draw her picture of yourself? No. I don't exactly have an artistic side. Well, I'm sure that if you looked inside her pendant, you'd find a portrait of the person who matters most to her. I hope so. Yeah. And it would be nice if it was you. No. 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 Ah, da sind Sie zwei. Hi, Lehrerin! Hast du den Buch gemacht, das Buch zu bezeichnen? Ich habe. Es ist so, dass es ein zweites Gesang gab. Ich habe es bereits transkript. Ich habe es überrascht. Okay. Um, wenn die acht Malevolenten überfließen, in der Kalmination der Menschheit, Ein Gnomenot bringt einen Ende für alle Menschen und sie in einem Zeitpunkt zu retten. Vier Empyreien werden eine Ratschmutzung, und die Great Devourer schlägt, als die Schmutzung der Erde schlägt, und die Schmutzung der Schmutzung, der nicht Empyreien hat einen Herz, der nicht Empyreien hat einen Körper. Oh! Ein weiteres Materialien, um uns awake zu bleiben, wenn ich das richtig verstehe, ist es die bestimmte Art von Ein Gnomenot? Das ist das, was ich glaube. Ja. Wenn die acht Malevolenten überfließen, in der Kulmination der Menschheit, Ein Gnomenot bringt einen Ende für alle Menschen. Also? Wenn die Welt auf der Peak Malevolenten ist, Ein Gnomenot benutzt diese Macht um ein Ende für alle? Das ist es? Er wird die ganze Menschheit entfernen? Das ist das, was die Abbey ist nachher? Das ist das, was sie versuchen, zu bringen Ein Gnomenot zurück? Nein. Artorias ist nicht so ein Mann. Das ist das, was die Ein Gnomen ist. Er ist die erste Ideale, die vielen über eine, und die Restoration des Ordens durch Will und Reason. Er hat sich gebt, Laufi zu protieren, nicht zu erratieren. Das ist das, was du wissen. Ja? Leute verändern, Velvet. Vielleicht die Shepherd verhaut, vielleicht hat er sich nicht in die Hoffnung. Vielleicht hat er sich in die Hoffnung, von Menschen zu schützen, von ihnen zu schützen, von ihnen zu generieren malevolen. Das ist nicht so. Wenn das alles ist, was da in Laufi zu sterben? Ist es noch etwas anderes in diesem Buch? Ja und nein. Diese Kopie selbst ist nicht komplett. Es sollte sein, aber sie sind weg. Für jetzt habe ich alles, was ich kann. Da muss ich ein Original irgendwoher sein, nicht? Without es, ich glaube, die Abbey würden die Ein Gnomenot erwähnen. Wir können sicher sein, dass sie eine komplette Entdeckung von ihren Empyrein. Aber das war die einzige Kopie in der Royal Villa sein. Wenn das Original ist da, wer weiß, wo es sein könnte? Ah, es wird ziemlich late. Warum nennen wir es ein Tag? Ja, lass uns ein Rest bekommen. Hey, Laufizette! Modessa lasst mich in unserem Bett letzte Nacht schlafen. Was ist schön für dich? Sie ist warm für eine Schneeklade. Das ist großartig. Sie wird mir jetzt ein Wasser nehmen. Du solltest uns auch kommen. Was? Uh, ich konnte... Es ist okay. Ich bin nicht sicher. Es ist egal. Um... Ich... Hey, Kamalana. Did you know? Dial started to grow a brand new tail. Wow, wirklich? Ich will sehen! Er ist auf der Observation Tower. Let's go see! Medessa, you too! Uh, all right. But don't run, or you'll trip. Thanks, Eleanor. I appreciate it. Having some girl trouble, my little Malik? I'm just glad Kamalana and Medessa are starting to feel better. Yeah. They both still have a long way to go, but it's such a relief to see them smiling. We've got bigger things to worry about. Hurry up and locate the next Earth Pulse Point. Right. Okay. Must you always be so blunt, Velvet? I must, in fact. We're up against the Abbey here, and sooner or later they'll find this place. That's true, but still... Do we go find another hideout? No. We'll keep on the offensive. We'll capture the remaining Therians before the Abbey finds us. As a swordsman, I can respect that mindset. I'm not so sure we can hold this place anyway. We've got no obligation to. I found another Earth Pulse Point. It's in the eastern part of East Gand. I think. But that's... Alright. We're headed for East Gand. Then our first stop should be Port Taliesin. When mankind's despair reaches its pinnacle, Enominat shall reach out and bring an end to all. So that song bothers you too? No matter how many times I read it, I don't see any good in it. Understanding that ancient tongue is difficult, right? Perhaps there's another interpretation? Maybe the end to all actually means an end to all human suffering, for example. That is a possibility. But we're far too lacking in material to know anything for sure. We need the other half of that book. Or some other text on Enominat. We don't have the time to search for it. Wouldn't even know where to start looking. And don't forget that that book is just a copy! Whoever transcribed it might have made an error too! That's an unexpectedly sharp insight coming from you. I'm an expert at errors! When Miss Mogilu made me copy magic tomes for her, I did it pretty half-heartedly! Didn't that cause a lot of problems? Well, when she tried to cast a spell from one of the tomes, the spell exploded in her face! It's really her own fault though! She told me to copy 100 books in 3 days! That's impossible! Oh, how cruel! Cruel is right! That witch is a real devil, I tell you! A slave driver! Bien Phu! Let's go somewhere a little more private, shall we? Miss Mogilu! Hush now! There's no need to worry! I'll make it a half-hearted punishment! Bien! Grimoire looks like she never wants to do any work. But despite all her grumbling, when she starts a job, she gets it done. And quickly too. She's frank, but she still takes care not to say anything to hurt anyone's feelings. I have to say, I like that in a woman. It's charming. Well, sorry if I'm inconsiderate and charmless then. I didn't mean it like that. You're all still so young and have led different lives. Can't fault you for being you. Well, if you're saying we lack a certain air of maturity, I might not 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 disagree. That's for sure. It's true Lord Artorius has scolded my lack of composure at times. Although I do get the impression that Grimoire has been dependable like that since she was young. And it's a good impression at that. Paul Grimm's been that way since the day she was born. I hate to admit it, but her combination of insightful words and deadpan expression has charmed the hearts of many a Moloch. At her peak, she had a fan club 8,848 members strong, and her dinner shows would sell out the day the tickets went on sale. Malachim came by the droves to doze off listening to her live readings of ancient books. Wow, I had no idea she was so popular. Yeah, she's even a regular feature in Who's Who among Norman. Now that I think about it, I could see how a person could interpret her lethargy as patience and her vague dispassion as maturity and poise. Compared to her, I'm just... Were you just trying to imitate her? No, I didn't mean to. Whether you meant to or not, that kind of felt like her just now. I can see it in you, waiting to be awakened. That sophisticated charm. Me? Sophisticated and charming? I don't know. Try talking like her. You know how she lets her sentences trail off. This is your make or break moment here. Uh, alright. I think I know what you mean. Here goes nothing. Wow. What do you think, Lafie said? Do I sound like her? Mhm. It feels a little off, but you're definitely doing it. I think. Aw, you don't have to grow up, Madame Eleanor. You're cute just the way you are. Hm. You stay out of this, Bien-Fu! Genau, Bien-Fu! Halt du die Klappe! Wenn ich deinen Hut abziehe, dann sehe ich ja bestimmt direkten Hirn, oder? Äh, komm, mit dir rede ich nicht, und mit dir da hinten rede ich dann auch nicht. Ich gehe dann einfach direkt nach, äh, Ostkant, okay? Ich hab noch eine Unterhaltung von irgendeinem Angelwettbewerb, wat? Nicht, dass ich wirklich weiss. Aber wer gewinnt, die Fischkampetition gewinnen, als wir versuchen, a Therian zu holen? Man, that was a while ago. I lost, cause I came away with nothing. No, it was a draw. As I'm sure everyone remembers, all I fished up were Octopus Demons. We were competing over who would catch the Therian. Demons didn't count, so my score was 0-2. No, the loss is mine, and I'm not giving it to you. That's not just something you can up and decide like that. In fact, by fishing up those Octopus Demons, I put everyone in danger. That should count for negative points. I lost. Who cares? It was all in fun. I care. Every competition must have a winner and a loser, no matter what. That's just how I see it. Yeah, I'm with Aizen on this one. It doesn't do anyone any good to make the final results murky. I can't believe I'm going to do this. Aizen, your curse would mean that the odds were stacked against you from the start. That doesn't make for a fair competition, does it? Yeah, she's got a good point. We'll just have to settle the score some other way. What can you guys do? Play cards? Chess? What? Cards are a no-go for me. I'll just end up drawing jokers. And I can play Shogi, but I don't know chess. Then what about arm wrestling? Would that work? Whoa, whoa! Having a demon and a Moloch clasp hands is just asking for trouble with malevolence. You're both adults, so why not a drinking contest? That's it! If we have a drinking contest, we'll be able to compete on an even playing field. Yeah, I don't see anything wrong with that. I'll have the crew bring out the drinks. Well, that's one way of resolving it, I suppose. Whatever gets it done, I'm not gonna complain. If you guys are gonna have a drinking contest, you're gonna need some tasty snacks to go with all that alcohol, right? Definitely. Let's go out and fish us some snacks. Yeah, let's take out the little boat. We can even pick up where we left off our fishing competition. Echt jetzt? Didn't we just figure out he can't really fish? Ugh. We were just about to finally resolve this mess. Why'd you have to go and stick your nose into it? What? Why are you yelling at me? I didn't do anything wrong! Biet! Du hast alles falsch gemacht! Deine Existenz ist schon falsch! Äh, super. Haben die sich jetzt gerade allen Ernstes gestritten, wer als Verlierer rausgehen soll? What the fuck? Die sind doch nicht mehr normal. Wo ist denn jetzt hier Ostkant? Wo ist denn das? Das ist Hellaway, Sechsenhaven, Gettnicks, äh, was ist das denn hier? Klippenstadt des Ostens. Ist das irgendwo in Ostkant? Ich glaub schon. Klippenstadt des Ostens. Äh, es ist sauer. Also, du hast eure Szenen von Garnet. In meinen Tränen hab ich mich. Keinem noch. Das macht das für ein Tränen? Es muss sein, nicht wahr? Nach allem. Ich habe dich aufgeworfen. Und du? Das ist richtig. Nicht vergessen. Wie kann ich es vergessen? Das Geschmack von deinem... Wie kann ich es vergessen? Wie kann ich es vergessen? Ich glaube, es ist ein Fog. Ja. Elinor. Es ist etwas, ich will sicher, dass wir ganz klar sind. Um... All right. Was ist es? Laufizet ist nicht, dein little Moloch. Was? Das all you wanted to say? Du wirst nicht sein, dass er nicht zu dir ist, richtig? Indeed, ich bin. Laufizet ist seine eigene Person. Und nicht jemand anderes. Du bist richtig. Molochim sind nicht nur Tools zu benutzen von Exorcisten. Ich werde es nicht vergessen. Gut. Als wir auf der gleichen Seite sind. Gehe. Ha ha ha. Since we're on the subject of reminders, you haven't forgotten our little bet, have you, Velvet? You mean the 100 gold on whether I'd break? No, I haven't forgotten. A word of caution. People can fight against pain, but they can't fight against happiness. If you're keen on winning our bet, I'd steer clear of ill-fitting dreams. Sorry to break it to you, but all I have anymore are nightmares. Und ich wiederhole mich ja ungern, Magilu. Aber du hast die Wette schon lange verloren. Und zwar in der Sekunde, wo ich angefangen habe, das Spiel hier zu spielen. Die Nebel ist geschehen. Gut, dass wir nicht in der Vergangenheit verloren haben. Natürlich nicht. Wer glaubst du, das Schiff zu laufen? Ein paar schämlose Röger, die sehr gut an schämlose Rögerie sind. Verdammt. Aber es ist wunderschön. Diese Wette sehen oft nicht viel Nebel. Woa! Es ist wie ein Kastel! Das war die Basis der Operation für eine rieche Betriebsfamilie. Wenn Trouble kam, sie waren bereit für es, zu sagen. Wow! Sie haben wohl viele Enemies. Aber das war lange vor. Nowadays, es ist nur eine andere Stadt in der Mitte. Aber auch so. Für uns. Es war die große Stadt unserer dreams. Du kennst das hier sehr. Ich bin hier oben. Keep on going, and you'll run into a ball. My home village. Dann... Latharian ist... Ja, irgendwo in meinem village. Ist das okay? Niemand wird mich dort kennen. Jeder, den ich wusste, hat mich bereits verletzt. Bist du dir da sicher? Also das letzte Mal, wo wir da waren, kann ich mich gut daran erinnern, dass du quasi niemanden umdieten konntest, weil du überhaupt niemanden irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie verletzen konntest. Und... Du bist... Kläglich? Versagt? Und bist dann schön einfach mal einfach in diesem Loch reingefallen. Dass da irgendwo in der Nähe von Artorios war. Genau, das war ja da in der Nähe vom Meer. Warum ist hier ne Katze? Hm, egal. Wo ist hier so ein Speicherpunkt? Ich sehe hier grad keinen. Ach, davor... Ich sag, ich sehe grad keinen und sehe dann direkt vor mir einen. Okay, gut. Weißt du was? Ich mach dann jetzt erstmal hier an dieser Stelle Ende und ja, mal schauen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Gehe in Richtung Osten durch die Stadt und suche den Erdenpuls. Okay! Ist das da, wo der Stern ist? Gut, dann werde ich da mal das nächste Mal hingehen. Bevor ich aber allerdings das da machen tue, werde ich dann die Unterhaltung machen und ja... Ich mach da mal Ende, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Outro Bis zum nächsten Mal.